Hey und ho, hier ist wieder euer Basti und es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir spielen heute gemeinsam den Story-Modus von The Last of Us weiter. Los geht's! Und wir sind gerade hier mitten im Gefecht und es ist unglaublich. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das überleben soll, wie ich... ...diese Zombies hier ausschalten soll oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Oh nein. Du hast nichts gehört, nichts gesehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und weg hier, weg hier, weg hier. Was liegt da hinten? Ist egal, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Die kommen gleich wieder. Oh, wir haben einen weg, okay. Ich hoffe, er sieht das jetzt nicht oder so. Oh, Mann. Oder ist er so eine richtige Intelligenz-Bestie? Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es mir auch kaum vorstellen. Okay, er läuft da hinten jetzt lang. Er hier ist... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Lauf! Die Frage ist nur, wohin? Ducken? Wo sind die? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein fucking Gott! Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Lauf, 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 lauf! Oh, was soll ich denn machen? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Scheiße. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Fuck, habe ich mich erschrocken, ey. Oh, Gottes, 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 ey. Was? Wie soll ich das denn überleben? Oh, Mann, 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 ey. Die sind alle wieder da! Geh einfach in diesen Scheißraum da wieder rein. Aber das ist, glaube ich, keine gute Idee, was ich hier gerade mache. Na doch, es geht. Oh, mein Gott, Clicker! Nein! Scheiße! Okay, oh, mein Gott, was soll ich denn bitte tun? Macht die scheiße Lampe aus, ey, Monk. Mann, 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 Mann. Okay, jetzt sind wir in der besseren Ausgangsposition, sage ich einfach mal. Also, der Clicker macht einen instant tot. Unglaublich. Äh, ich hoffe, hinter uns ist frei. Okay. Komm, geh da rein. Oh, Mann, wieso sieht er mich denn jedes Mal? Oh, Mann, wieso sieht er mich denn jedes Mal? Oh, Mann, oh, Mann, leck mich am Arsch. Wieso sieht er mich denn jedes Mal? Vorhin hat er mich doch auch nicht gesehen. Jetzt aber, oder? Nichts gehört, nichts gesehen, keiner. Ruhe im Karton. Und einmal schnell hier durch. Ich glaube, es hat niemand was mitbekommen, oder? Nein, oder? Ah, doch, der tobt so ein bisschen. Okay, wir müssen uns, als nächstes müssen wir uns den da hinten wieder schnappen. Oh, Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Der Flur ist sicher. Und das da ist ein Klicker, definitiv. Oder? Das ist ein Klicker. Und den müssen wir anscheinend mit einem Messer ausschalten. Aber sicher bin ich mir auch nicht, ehrlich gesagt. Also, Klicker sind wirklich übertrieben stark. Kann man nicht anders sagen. Da hinten ist noch einer, der ist so ziemlich alleine. Wenn ich vielleicht den irgendwie kriege. Bewege dich nicht. Wehe, du bewegst dich. Ah, okay, den haben wir auch. Schon mal zwei weniger. Ah, sieht da hässlich aus, ey. Okay, jetzt haben wir nur noch drei. Ich würde fast sagen, wir müssen wieder den da hinten holen. Das hat vorhin so gut funktioniert. Jetzt läuft der nämlich nach da hinten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Augenblick ihn wir uns geschnappt haben. Ich glaube, da ist er gerade hierher gelaufen und ist dann... Na, ich warte ab. Ich gucke mir das Ganze wirklich jetzt ganz genau an. Ich will nicht schon wieder sterben. Und die schreien hier rum, ey. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich konzentriert bin oder ob ich einfach nur aus Schiss irgendwie... Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich fürchte, es ist so ein Mix aus beidem. Ah, komm schon. Keiner hat das mitgekriegt. Bitte. Ja. Aber man wird auch direkt hier mit voller Wucht ins Spiel eingeführt hier. Also geht ja gleich richtig los. Erste richtige Begegnung so mit diesen Viechern und gleich so eine Meisteraufgabe hier. Ich frage mich. Wow, wir haben den Clicker. Yeah. Ja. Oh, oh. Das war nicht gut. Scheiß Schild, was da rumliegt. Ja. Oh Gott, ey. Wir haben es geschafft, Mann. Jetzt gehen wir erst mal richtig krass uns hier das Ganze angucken. Gar nicht schlecht, lol. Ah, sei bloß ruhig, ey. Habt ihr Hosen voll bis zum Rand, Mann. Okay. Oh Gott, Mann. War das heftig. Aber er hat da wirklich, also... Das war eine Aufgabe. Was liegt denn da? Oh, wir haben eh volles Leben. Sind ja auch nur 20 Mal gestorben oder so. Na ja, okay, waren keine 20, aber wir sind schon ein paar Mal gestorben jetzt. Okay, wir gucken erst mal, was es hier so gibt. Vielleicht liegt ja was Schönes rum. Aber jetzt natürlich gar nichts. Wir haben die Aufgabe überhaupt gelöst und es ist einfach nichts da, wa? Vielleicht hätte ich auch einfach gleich hier hochspringen können. Das weiß ich gar nicht. Okay, wir haben Munition, einen Schuss, einen Schuss gefunden. Mein, einen Schuss. Ich bin für jeden Schuss dankbar. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ich muss festhalten, oder was? Dann beweg dich doch mal, Fräulein. So. Wow. Sehr schön. Intelligent habt ihr das gemacht, meine zwei schönen. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Schere. Leben haben wir noch. Was haben wir hier noch? Da liegt gar nichts. Okay, es kann weitergehen. Boah, war das hart, ey. Ich glaube, wir müssen hier runter. Wir müssen nicht da springen, oder so. Ja, okay. Das sieht gut aus. Gut, 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 gut sieht das aus. Kann man nicht anders sagen. Okay, gehen wir einfach mal da runter. Okay, es sieht safe aus. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst das ruhiger angehen. Hey, du sagst es doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube, ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Ja, heftiger Ausflug, definitiv. Kann man bestätigen, so wie es ist. Okay, es geht da oben weiter, oder was? Oder ist hier noch irgendwas zum Looten? Vielleicht hier das? Nein, das ist eine Glasscherbe nur. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht irgendwas, was wir bekommen nach dem harten Kampf. Nein, gar nichts. Nichts. Niente. Gut, dann gehen wir halt hier weiter. Oh, den hat es auch gut erwischt hier. Unser Freund. Einmal hier hochgeklettert. Sehr viel Kletterei auf jeden Fall auch in dem Spiel dabei. So ein bisschen, dass es nicht zu einfach ist. Man muss auch wirklich so ein bisschen den Weg suchen, obwohl er eigentlich vorgegeben ist. Was das Spiel wirklich sehr interessant macht, fände ich. So, ich weiß jetzt nicht genau, ob es da oben weitergeht oder hier unten. Aha, okay. Ich würde sagen, eher unten. Und deswegen können wir jetzt einmal hier rüber laufen und uns das Zeug holen. was da drüben liegt. Yes. Okay. Schere haben wir voll. Einmal wieder zurück. Ja, oder können wir Schere irgendwas produzieren? Na gut, wir können ein Medikit produzieren. Ah, Moment, wir warten erst mal ab. Gut, ein Messer können wir auf jeden Fall produzieren. Ist ja vielleicht nicht verkehrt, zwei zu haben. Und wir können es auch im Medikit produzieren. Dann können wir nämlich auch drüben... ...klettern wir nochmal ganz kurz hinter. Schnappen wir uns die Schere und gehen wieder. Oder das weiß ich auch nicht, was das sein soll. Ich schätze mal. Das sieht jedenfalls immer aus wie eine Schere. Klinge oder wie auch immer man das nennen möchte. Hier liegt gar nichts. Hier lang. Ah, da unten haben wir wieder was. Nochmal Schere. Verbandszeug. Oh, alles Sachen, die wir gut gebrauchen können. Vor allem natürlich hier. Unsere kleinen... ...Zahnrad-Fräuchen. Oh, da haben wir auch was. Also... Hm, ich weiß nicht, ob ich jetzt davon... ...überzeugt sein soll. Denn meistens... Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na... Er setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L2 kannst du die Molotows im Boden... Was? Kannst du Molotows im Boden werfen? Ach, okay. Das ist natürlich blöd. Im Bogen natürlich werfen, um Gegner zu treffen, die in die Deckung gegangen sind. Die in die Deckung gegangen sind. Okay, okay, okay. Geh her sorgsam mit deinem Vorreden. Ja, ja, okay, alles klar. So, so, so. Weiter, weiter. Bla, bla. Schnupp, schnupp. Schnupp, schnupp, schnupp. Die Eisenbahn. Wer will mit nach Glückstadt fahren? Alleine fahren wollen wir nicht. Dann nehmen wir die Ellie mit. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Ich hätte eigentlich gerne... Ja, ne, 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 ne. Ich will meine Waffe wieder ausrüsten. Ja, okay. So gefällt mir das nämlich besser. Was haben wir hier oben noch? Hat der auch noch irgendwas? Ah, Blatt Papier. Okay, Firefly-Karte. Naja, vielleicht brauchen wir die irgendwann mal oder so. Weiß ich ja nicht. Nehmen wir nicht irgendwie Platz im Inventar oder so. Oh Gott. Nein. Jetzt geht das schon wieder los. Okay, okay, okay. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Was? Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Wow. Okay, okay, okay. Aber vorhin der Klicker hat mich sogar gesehen, wo ich mich gar nicht bewegt hatte. Das ist das, was mich so ein bisschen verdutzt. Ich hab ja wirklich still auf dem Fleck gestanden. Naja gut, ich denke mal, das war's erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich fand es super spannend. Ich hab mir halt mir die Hosen gemacht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bewertet doch einfach den Part. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder abonniert mich, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Last of Us. Bis dahin, euer Basti. Ciao. Ciao.